Was findest du? Tjadar ist eigentlich immer unter Strom. Egal was, immer einer Hand am Handy. Organisiert irgendwelche Dinge. Es läuft nicht immer alles treibungslos. Und genau so haben wir ihn auch erledigt. Ja, jetzt habe ich die Karte. Meine Karte ist sie! Oh mein Gott, die Föger sind. Was ist das? Auf den Cola. Die Eint Cola. Die Eint Cola. So hard it is. So hard it is. So hard it is. Champagne. Your gun pains. Right now I came from the damn thing. I just look around. All I see is everything I ain't. Them Givenchy Kunix. Louboutin loafers. Them gold wire silk pins. No pictures for you posers. Hold up. Who you are tomorrow? What you do today? Will you out here just trying to find my way? Let me find out all these hoppers bro. Even when they getting paid. What happens when? You spend more than you make. No umbrella rainy day. 5k in my IRA. Now I'm just doing what I love like I'm sexting my wife. Make the money come if you're doing it right. Midwest get the money road to the west side. They're greater than club we live and die. And you start stay alive? Where Im say min out. Where im doing? Just trying to stay alive. About area night. orns I tell my friends. Just trying to stay alive. And you start are in the same situation. If you're using moramos a little�. xuings you in to have a haircut. Talking to stay alive. Well see woman. Will to stay alive? auch ein Gast aus der Ferne angereist und zwar Serdar Schützling, der Massimo. Massimo kämpft in zwei Wochen um den Profi-Welttitel der WKU und um ihn zu supporten habe ich mich angeboten noch ein paar Runden Sparring zu machen. Dann kann gleich der Serdar das Ganze noch etwas coachen und seinen Schützling live beobachten. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. 3,5 Stunden Seminar und einige Runden Sparring. Danach waren wir ziemlich durch, aber auch mega entspannt und dann sind wir ins Restaurant gegangen, hatten da eine gemütliche Runde. Seht ihr jetzt gleich. Coach Serdar Caraccia und ein paar wertvolle Gäste. Erli aus Schweinfurt, dann der Massimo, Profi Kämpfer mit am Start, unser John Marco aus Italien und hübschen Ladies. So schließen wir den starken Tag an. Danke auch fürs Dokumentieren und Zuschauen. Und wenn es euch gefällt, dann machen wir weiter damit. Bis zum nächsten Mal.